moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr hier unter die map kommt und alles was ihr dafür braucht ist eine splittergranate selbstwiederbelebung und eine betäubungsgranate so wenn ihr dann nun alles habt leute dann lasst am besten ein zombie am leben und begebt euch zur krankenstation so in der krankenstation stellt euch hier an dieses fenster so wie ich haltet die betäubungsgranate in der hand und sobald euch der zombie attackiert betäubt ihn dann so jetzt müsst ihr anlauf nehmen leute und beim stuhl müsst ihr dann auf messern drücken so dass ihr hoch fliegt ich zeige euch das noch mal ihr rennt und beim stuhl drückt ihr auf messern ihr fliegt hoch und spammt dabei springen damit ihr hier hoch klettert so ich zeige euch doch einmal ihr rennt in der höhe vom stuhl drückt ihr auf messern dann fliegt die hoch und spammt springen und wenn ihr hier oben seid leute duckt ihr euch lauft ein stück vorwärts bis ihr euch hinlegen könnt und sobald ihr euch hingelegt habt läuft ihr so lange geradeaus bis es nicht mehr geht und sprengt euch in die luft beim wiederbleiben müsst ihr nun springen spammen und dann seid ihr hier hier dreht ihr euch um und seid wieder unter der map leute ihr könnt hier die zombies versammeln wie ihr wollt oder hier springt einmal dann versammeln sie sich hier und wenn ihr hier wieder raus wollt dann springt ihr hier runter hier rüber dann ganz schnell dorthin und mit dem äther schleier wieder weg so das war's mit dem video leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like dann schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an diese stelle sehr gerne dann ansonsten ciao bis zum nächsten mal